Moin Leute, hier ist Tim und nächste Woche steht ja der Release der NVIDIA RTX 4090 an und ich habe euch heute schon mal ein Modell mitgebracht, auf das wir schon mal einen kleinen Blick werfen können und zwar die Pallet RTX 4090 GameRock. Ich habe euch bereits zwei IONOS Produkte vorgestellt, darunter auch Deploy Now, mit dem ich ziemlich einfach und schnell meine eigene Website aufgebaut habe. Aber auch im Bereich Server bietet IONOS mit seinem V-Server ein günstiges, intuitives und zuverlässiges Produkt für alle, die gerne einen eigenen Server aufsetzen möchten. Den IONOS V-Server kann man bereits ab 1 bis 2 Euro im Monat konfigurieren und er beinhaltet SSD-Speicher, unbegrenzten Gigabit-High-Speed-Traffic sowie ein datenschutzkonformes Hosting in Deutschland, alternativ aber auch in den USA. Egal ob privater Nutzer, Agentur oder Entwickler, der IONOS V-Server bietet dir eine Premium-Performance dank garantierter Hardware-Ressourcen und Linux oder Windows als Betriebssystem, eine intuitive Benutzeroberfläche dank Plesk, ein sicheres und zuverlässiges Netzwerk dank Hosting-Möglichkeiten in Europa oder den USA sowie individuellen Backup-Möglichkeiten, kostenlosen und unbegrenzten High-Speed-Gigabit-Traffic ohne Drosselung sowie das beste Preis-Leistungsverhältnis ab einem Euro im Monat bei gleichzeitiger 99,99%iger Verfügbarkeit des Servers. Einen Link zu dem IONOS V-Server findest du in der Videobeschreibung. Das Ding sieht so aus. Ich habe das einmal für euch ausgepackt und wir machen heute einmal einen kleinen Rundgang beziehungsweise ein kleines Hands-on. Vom Design her relativ ähnlich zur Pellet RTX 3090 GameRock. Das ist jetzt ein bisschen dunkler, das Design gefällt mir eigentlich ganz gut, aber immer noch dieses Kaleidoskop-Design für die RGB-Beleuchtung wird auf jeden Fall spannend, wie das Ding dann eingeschaltet mit Beleuchtung aussieht. Ansonsten schon eine sehr große Grafikkarte, keine Frage, aber tatsächlich noch ein bisschen kleiner als manch andere Modelle, die ich bisher schon so sehen durfte. Also größentechnisch befinden wir uns hier so in dem Bereich einer RTX 3090 Ti von Pellet beispielsweise auch. Natürlich, das ist sehr groß, über drei Slots, aber es gibt tatsächlich 4090 Modelle, die noch größer werden. Da hat man jetzt schon die ersten gesehen. Also da bewegen wir uns hier noch fast in einem kleinen Rahmen für diese Grafikkarte. Ich bin gespannt, wie sie performen wird. Nächste Woche zum Release wird es dann auch die Benchmarks geben von mir. Zur Performance darf ich euch ansonsten noch nichts weiter sagen. Das werden wir dann nächste Woche erfahren, aber wir können auf jeden Fall schon mal einen Blick auf die Grafikkarte werfen und ich finde sie optisch wirklich eigentlich ziemlich gelungen. Dieses kantige, boxy Design finde ich eigentlich immer ganz geil. Die Backplate sieht auch ganz cool aus und ich denke, vor allem wenn sie dann eingeschaltet mit RGB-Beleuchtung an ist, dann kann sich das Ding wirklich sehen lassen. Ich bin gespannt, wie die Benchmarks der RTX 4090 ausfallen werden, beziehungsweise vor allem die Benchmarks von diesem Custom-Modell hier von Pellet von der GameRock. Ist der Kühler ausreichend dimensioniert oder hätte er halt noch größer sein müssen? Ich hoffe tatsächlich nicht, denn langsam reicht es mir so von der Größe bei den Grafikkarten. Aber ich lasse mich da mal überraschen. Die Systemanforderungen vom Pellet, die lassen aber nichts so Positives erwarten jedenfalls, denn die empfohlene Systemleistung des Netzteils vom Pellet für dieses Custom-Modell beträgt 1200 Watt. Das ist wirklich schon echt krass. Mal sehen, wie viel Strom sich die Grafikkarte dann tatsächlich genehmigen wird im Test. Da werden wir dann mal schauen, weil oft sind diese Werte ja wirklich sehr hoch gegriffen, um halt wirklich zu 100% sicher zu gehen, dass das auch in jedem System problemlos läuft. Also da müssen wir dann mal schauen, wie viel Strom die Grafikkarte tatsächlich verbrauchen wird. Aber ansonsten auf jeden Fall ganz nett, hier schon mal einen Blick auf die Pellet RTX 4090 GamePro werfen zu können. Wie gesagt, Design gefällt mir eigentlich ganz gut mit den drei Lüftern, mit der wirklich großflächigen RGB-Beleuchtung auf der Lüfterseite. Das muss man wirklich sagen. Wird dann interessant zu sehen, wie das auch von der Seite aussieht, so wie die Grafikkarte dann hauptsächlich im Gehäuse verbaut wäre. Ja, wir haben natürlich wirklich eine sehr große Grafikkarte. Ich habe hier nochmal die Karte unter meine Inno3D 3090 Ti X3 gelegt, die ich ja neulich auch getestet habe. Von der Größe stimmen die halt ungefähr überein. Das nimmt sich wirklich nicht viel, also quasi die identische Größe. Deswegen sage ich auch, es ist ähnlich wie bei den 3090 Ti-Modellen. Aber wenn man die Grafikkarte mal neben der RTX 3080 beispielsweise stellt, nämlich die Zotec Trinity OC, die ich ja auch getestet habe, dann sehen wir schon, dass die Palette RTX 4090 Game Rock schon ein ganzes Stück größer ist. Sowohl von der Länge als auch von der Höhe als auch von der Dicke. Also in alle Dimensionen ist die Grafikkarte quasi nochmal ein Stückchen gewachsen. Und ich hoffe, dass das dann wenigstens dazu beiträgt, dass die Kühlleistung auf jeden Fall auf einem guten Niveau ist. Das werden wir uns dann aber im finalen Test, im finalen Review nächste Woche dann gemeinsam anschauen. Was sagst du zur Palette RTX 4090 Game Rock? Wie findest du das Design so? Was sagst du allgemein zur RTX 4090? Beziehungsweise was erwartest du für den Test? Schreib es gerne in die Kommentare, dann kann ich da auch noch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Und ansonsten hören wir uns dann ja spätestens nächste Woche mit dem Test der Grafikkarte wieder. Und ansonsten bin ich bis dahin raus. Haut rein!